Hallo und herzlich willkommen! Wir spielen einmal Best of Jackhammer und es geht los. Natürlich! Okay, das wird nicht lustig werden. Wir spielen auf jeden Fall die Variante der Meister des Hammers. Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Ahhhhhhhhhhhhhh! Oh Gott, kein Gott, kein Gott! Oha, es ging schnell würde ich sagen. Okay, also für mich ist es das erste mal, dass ich diesen Modus spiele. Es gibt in Jahr schon ein wenig länger. ein klein wenig länger und ich dachte mal ich probiere es mal aus ich glaube allerdings eher dass es halt nicht ganz so einfach sein wird und ich denke wenn man hier tatsächlich über dann nimmt ihn jetzt der da warum zugleich man schuldig aktivieren der scheiß was soll der scheiß alter willst du mich verarschen oder was das ist das dahinten ja ich sag das ist in die luft und dann gibt es ein atom als was so okay versuchen wir das erste mal ok daneben die haben schon 1200 gleich abgeben wo ist er da okay es sollte viel verbrecht luft hammer und es ist natürlich das game das ich persönlich über alles liebe den hammer besorgen oder es andere mit dem hammer besorgen das kann man sehen wie man will so der davis versucht jetzt konzentriert übers feld zu marschieren und dann haben wir nach hause zu bringen wenn man es nicht schafft dann dürfte ihn töten ähm naja ne dann bin ich ja eh schon tot ach verdammt ah der mech soll alter die wer so auf den sack er hat 6 zu 0 kill rate aha ich versuche den jetzt mal in der runde zu verteidigen ich hoffe es gelingt mir oh ich meine ich war ich war ich war es wurde das ich schweizer ich 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 also aus irgendeinem grund und ich verstehe nicht ganz wieso kann man irgendwie seit wann das schild nicht mehr aktivieren oder konnte das noch nie ich meine der modus ist ja noch nicht wenn man es steht natürlich jetzt ziemlich schlecht und es sieht so aus als könnten wir verlieren die enemy hat stolen der hammer your team has taken the hammer the opposing teams hammer has been written Max Holt, ja ne, als ob ich dir das glauben würde, ganz ehrlich, farschen kann ich mich selber. Ok, wir versuchen es dann auch wieder mal. Der Modus ist ungewöhnlich schwierig. Ah, ok. Der Feind hat den Hammer zerbrochen. Dein Hammer wurde zurückgebracht. Der Feind hat den Hammer zerbrochen. Dein Team hat den Hammer zerbrochen. Ja, das war klar. So, jetzt liegt das an uns. Wir sind die letzte Version. Wir sind die letzte Einheit, die den Hammer nach Hause bringen kann. Ja, wir ist alles klar. Alles klar. Was bin ich verarschen oder was? Ok, also ich glaube, es gibt noch einige Geheimnisse in... ...Lowdown, die ich nicht verstehe. Ähm, dazu gehört, glaube ich, warum, dass man hier so schnell sterben kann. Okay Owe – Bamm! Ich versuche gerade den ein bisschen zu ärgern, das bringt jetzt natürlich nicht allzu viel. Okay, interessant, schön, vor allem schön, dass der kein, hat der kein Leben verloren? Merkwürdig, das finde ich gerade sehr, sehr, sehr merkwürdig. 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 Der verletzten Team ist zurückgekehrt. Du hast verloren. Der Krieg hat den Krieg kaputt. Guckst du, 27 war auf jeden Fall der wertvollste Spieler und bin mal gespannt, ob ich meine Belohnung kriege. Ich vermute eher weniger. Kriege ich meine Belohnung? Yes, ich kriege sie. Ich nehme auf jeden Fall die Goldmitte mit 350 Blut. Ich gehe hier mal raus und gehe mal in den Techbaum, denn es gibt etwas zu graden. Dann mache ich euch zumindest mal jede Wette. Oh, die Fernsteuerung, Schalters. Hängt davor, dass heute ihre Brüche hier eine Kamera anzuhören, sodass sie die Laufwand fernsteuern können? Achso, ja, ja, toll. Blastradius, ja, auf das warte ich ja schon eine gewisse Weile. Leckst du mich noch mal am Arsch. Transaktion abgeschlossen. Wär leid. Ähm, ich weiß noch gar nicht, ich habe mich hier dafür entschieden, meine Rakete im Kameramodus fernsteuern zu können. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das gut war. Ich hätte es noch daran gesehen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz beim Strahlen vorbei. Und da bin ich auch schon fast wieder bei einigen Updates. Und, ähm, das heißt sparen, 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 sparen. Tjo, ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, würde ich sagen, nicht wahr?